Oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Interessant, was alles so in so einer Schneekugel drin ist. Mhm, ähm, ja, ha, 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 tschüss. Das schafft doch, wer spielst du mit dafür. Quatsch. Gar nicht so schwer. Nee, äh, weil die Kamera sich schön dreht, deswegen. Oh Gott, knapp. Dann musst du selber drehen. Jaja, ich weiß, deswegen ist das ja das Problem für mich. Nicht das hin. Oh, du, 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 du. Also das haben sie echt schön geil gemacht. Ja. Okay. Der Kuchen schreibt, ihm fällt gerade auf, dass Discord nur bei mir anzeigt, dass ich It Takes Two spiele, bei dir aber nicht. Ja, ich hab's ausgestellt. Ach du, das ist ausgemacht. Naja, weil das nichts bringt, wenn ich in Final Fantasy in der Warteschleife bin und es anzeigt, dass ich Final Fantasy spiele, was ja nicht der Fall ist. Oh Gott, ein Cabin! Hm. Lass uns sehen, ob sie den Weg zu den Toppen wissen. Ich hab's nur vergessen, wieder für heute anzumachen. Das ist halt alles. Okay. Geh auf, du! Also. Ich dachte jetzt schon, und du? Oh. Ja. Ja. Wir sterben jetzt. Wir sterben jetzt. You mean relationship? With a P? No. Relationship. As in. Relationship. You need to reveal the relationship into a relationship. Okay, Mr. Crazy. Mr. Crazy. Schön. Oh, ne. Mal Attacke? Nee. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye zum Geweih. Nee. Oh, oh. Oh, oh. Gut. Keep on skating! I see nothing, Jon Snow! Ja, da ist ja auch viel Tonne Partie gewesen. Okay. Ja. Genau. Keep moving! Ich nicht seh, wo ich hin muss. Schwierig. Nicht. Gar nicht schneller. Oh, nein. Rail verpasst. Ah, doch. Geht noch. Woah. Okay. Oh, mo, 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 mo. Komm schon! Komm schon! Na komm! Hoch da! Oh, oh. Baby so. Geht nicht! Achso. Wir müssen einfach nur nach oben gucken. Oh, kacke! Oh, was für ein Ritt, ey. Hm. 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 Hey. Hm. Wow. Wła! These babies are strong. Chchi. Hchichi. Hchichichi. Właśnie. Hchichi. Hchichi. Właśnie. Właśnie. Das ist für den großen Esel! Oh, sicher! Oh, ich kann wirklich fühlen, dass dieser Magnet sich nach dir zieht! Der Magnet-Attraktion wird stärker werden! So, jetzt kannst du zu mir! Ja, wie cool! Die bleibt doch gar nicht sitzen! Ich geh hier rum, du da rum? Lier rum, da rum! Ich werde wieder stehen, ist egal! Lier rum, da rum, da rum! Ähm, warte! Das sollten wir gleichzeitig machen! Ja, ich weiß! Oh! Was denn? Wolltest du doch nur noch mal hüpfen! Ja, natürlich! Wolltest du doch nur noch mal hüpfen! Auf drei! Eins, zwei, drei! Aua! Rümms! Schön! Oh, das ist toll! Hörst du das, May? Der Sturm kommt! Ja! Wir sollten sich nahe zu uns zu bleiben! Es ist auch nur ein Schild! Wolltest du wirklich fühlen! Warum kannst du das? Es mag dich und nicht mich! Aber, aber, du müsstest es doch wegschubsen können! Ich kann nicht wegschubsen! Hm... Es geht einfach nicht! Da ist die Sturm! Ah, großartig! Wir müssen nur auf diese Helle gehen! Lass! Hör auf den Seiten! Cody! Hör auf mich! Lass dich nicht, Cody! Hatte ich auch nicht vorgehabt! Und jetzt bist du dran! Das nächste musst du dir nehmen! Ja, 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 ja! Hör auf mich, May! Krass gemacht! Ja! Stärkt unsere Verbindung! Böser Wind! Echt krass gemacht! Mach den Mund zu! Hier kommt der Wind! Ja, wir schaffen das! Können wir das! Schaffen! Bob, der Baumeister! Nicht schubsen! Blöder Wind! Der blöde Wind schubst! Ich hätte jetzt gerade kurz überlegt, ihn einfach mal loszulassen. Krass! Guck! Kotz überlegt! Ich hatte kurz überlegt, ihn einfach mal loszulassen! Ich hab's auch nicht gemacht! Ich bin eh nicht böse! Oh! Oh! Safe from the Wind! Bösserer Wind! Komm mal, May! Durch die Tunnel! Ähm... B? Ich drücke B? Schatz, du musst runter. Ach so. Ja, macht Sinn. Bei mir stand B da! Ja, bei mir auch! Aber nicht loslassen! Ach so! Ich glaube in dir, May! Du kannst es durch! Ich glaube! Ich glaube! Dann kannst du ihn nicht mehr! Guck mal an! Warte da 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 da! Warte da 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 da! Warte da mit Höchst! Ja! Komm her! Da geht gar nicht mehr weg! Moment! Geht das jetzt mal? Ah ne, es geht gar nicht! Okay, warte ich muss es hoch! So! Jetzt da! Oh! Die Tower! Just one last push! Huh! Pff ff... Ja gut! Aaajajajaj! Aajajajaj! Ähm... Witz! Help! Ist das wirklich hier richtig? Ich glaube ja. Ja. Ist da irgendwo was Blutes? Ich dachte, es ist blau. Du denkst, du kannst das alleine auf den anderen Seite machen! Nein, nein, ich bin weg. So, warte. Ich kann nicht mal das blaue anvisieren. Ja, das bringt ja nichts, dann sind wir ja wieder unten. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich kann da irgendwie rüberrennen, aber... Einer von uns müssen wir auf den anderen Seite kommen. Wir müssen es lösen. Ich werde es lösen. Hilfe! Mach mal. Was ist hier unten? Was soll denn der Scheiß? Was? Hört er den Satz, Schatz, du musst runter öfter? Hm, nee. Es sei denn, es ist Paket gekommen. Ja, toll. Sind wir hier überhaupt richtig? Weißt du nicht. Weißt du nicht. Hi. Ich lässt doch nicht nach. Und ich komme auch nicht rüber. Nee. Ah. 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 Ähm. Du kannst nicht sterben. Aber wir sind hier richtig, weil wir spawnen ja hier. Wir müssen in die Mitte kommen. Ich weiß nur nicht wie. Ja, das habe ich mir auch... Weil ich sehe da nirgendwo was... was rotes. Da ist einfach nichts. Und das blaue kann ich nicht an... Nee, geht doch nicht. Jetzt. Kannst loslassen. Da stehst du leider auch gerade nicht. Vielleicht wenn ich drüben bin und... Ich habe ne Idee. Du hier stehst und ich... Warte, 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 warte. Bleib hier, bleib hier. Wir müssen das eben wieder so machen wie eben bei den Plattformen. Ja. Warte. Ja, natürlich. Ich habe gerade eben noch gelernt und schon wieder vergessen. Die Doofies. So, genau. Okay, auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ja, gut. Okay. Irgendwie so. Ähm. Nein! Untermagnet! Achso, wir sind da. Okay. Ja. Das ist ja gut. Grunst. Ja, so ein bisschen. Da stand Grunst. Oh. Neben mir nicht. Oh, ho, ho, ho. Wir haben es geschafft! Ja! Das war Kojima! Ja! Er möchte ja aber sie noch nicht irgendwie. Ja. Ja. Oh, meine ears just popped. Oh, ja. Ah. Hm. Oh. 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 Ja, wir haben die liebsten zurückgebracht. Ja. Das ist wo ich vorhin habe. Ich war so nervös. Ich weiß. Und das hat es speziell gemacht. Das war wirklich? Ich weiß. Wie du die ganze Sprache vergessen hast. Es war die schlimmste Prüfung in der Geschichte der Prüfung. Nein, Cody. Ich habe keine Worte. Es war die Art, wie du es handelt hast, ohne zu schützen, wie du bist. Es war wütend. Wäre er jetzt nicht gekommen. Hättest du Pippi in die Augen gehabt. Nein. Hätten sie sich geküsst. Wahrscheinlich. Das ist so ein blödes Ding. Blödes Buch. Ich schneide in der Schneekugel. Mhm. Das ist ganz schön groß, die Schneekugel. Das Kind ist einfach nur klein. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Das ist ganz schön groß. Hm. Your purpose in life, passion, pet, purpose, passion, you know, huh? Uh, no. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Could me, tell him, tell him! Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly, you never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault. You see? This is why we can't live together. You see? That's why I gave up. I do see! I know what it gives to your relationship. Goodie! It's time to awaken! Passion! Ah, yeah! Ha! Oh, yeah! Oh! Oh, wow! Andreas, it's my garden! Everything is growing! So Cody, it's you, who fell. Oh yeah, but everything looks still... beautiful. Ugh. Und, und all thanks to my painstaking groundwork on my head. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this, come on! What is that? I didn't plant that, what is it? Use your head, and you will understand soon enough. My head? Um. Ouch. And me. This time, you will encourage and support your passion. Okay. Na toll. Just watch where you point those things. Yeah, you just watch your head. Ne, ich hab, äh, was ich sagen wollte, ich hab irgendwie das Gefühl... It looks quite ugly. Yeah, whatever it is, we need to get rid of it. Ne, ich hab so das Gefühl, dass sie ihr mehr den schwarzen Peter zuschieben als ihm. Weil, äh, sie hat ja keine Zeit, sie macht nur Überstunden, äh, sie ist dafür verantwortlich, dass er seinen Garten nicht mehr macht, weil er, weil sie ihn nicht ermutigt hat und so weiter. Also es kommt mir immer mehr vor, als wenn sie ihr nur den schwarzen Peter zuschieben, weißt du? Ja, aber die andere Seite kriegst du anscheinend nicht mit. Okay. Du identifizierst dich voll! Mit ihm? Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht zu uns, wenn ich mir ein Baby-Yonemisch nutzen gehe l 하� und wenn es wichtig ist. Ich weiß und weiß relies. Und vault kann das gesagt? Vielen Dank.